So, wir kommen zurück, jetzt zum zweiten Teil, die zweite Halbzeit. Es steht noch 0 zu 0, wir kuraten mit den besseren Chancen. Mal sehen, wie sich das Spiel jetzt hier noch entwickelt. Und ich hoffe, dass es nicht zur Verlängerung kommt, weil da müsste ich noch einen dritten Teil machen, da habe ich auch keinen Bock dazu. Also, das Ding, diese Staffel soll möglichst vor Weihnachten noch fertig werden. Ich denke, das ist auch nachtbar, morgen noch mal ein Video dann. Und jetzt gibt es die erste Großchance für uns. Das holt auch Zeit jetzt mal. Und jetzt gibt es auch die Ecke dann. Kommt rein und die nächste Ecke. Ne, die finde ich keinen Abnehmer. Die finde ich keinen Abnehmer erstmal. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Und... Das ist nicht das Tor! Boah! Haben wir Pech heute. Erst diese Glanzparade vom Torwart und dann steht der Pfosten im Weg. Wie bitter. Wie unglücklich. Und jetzt gibt es hier einen Foul für diese Karte. Mann, Mann, Mann! Haben die Kroaten jetzt ein Glück gehabt gerade. Unser Final-Gegner steht ja schon fest. England. Also der nächste europäische Gegner. Aber... Aber... Als... Wochenabschluss jetzt hier erstmal vermessen. Ja, heute Abend wird noch ein zweites Video kommen. Und zwar aus Habbo. Da bin ich ja auch aktiv. Für alle, die Habbo nicht kennen. Das ist so eine 3D-Shackle. Wo man halt WhatsApp... Ähm... Leute treffen kann. Und... Games veranstalten. Und... Ja... Und da veranstalte ich ja so ein Habbo-Weihnachtsturnier. Also mit Fußball. Und da werden heute Abend wieder das heute Abend beginnen. Das wird so ablaufen. Und es werden zwei Halbfinale stattfinden. Das eine Spiel um Platz 3 noch. Und... Gibt es die Chance erst nach. Aber... Kann unser Torwart wieder abwehren. Also zwei Halbfinale. Eine Spiel um Platz 3. Und natürlich das große Finale. Und wenn ihr in Habbo abglieser. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und noch gucken. Sie sind sogar noch Deppse frei um mitzuspielen. Also... Insgesamt zwei noch um ein Team zu bilden. Drei Teams haben sich schon angemeldet. Einen brauchen wir noch. Also schaut mal vorbei. Mich freuen. Aber hier... Wird es immer noch sehr sehr eng werden. Und wir gehen langsam in die Schlussphase. Es steht noch 0 zu 0. Und da müssen wir auf jeden Fall mal was machen. Jetzt erzählen. Weil so geht es nicht weiter. So geht es nicht weiter hier. Irgendwie jetzt das Tor noch machen. Gleich zum Lucky Punch noch in der Nachspielzeit. Ja und nächstes Jahr haben wir dann vor. Ähm... Also in Habbo dann vor. Dass wir, ähm... So eine WM veranstalten. Mit allen WM-Teams wie es 2014 ist. Also mit den gleichen Gruppen. Jetzt sollte ich das eigentlich zeitgleich mit der WM ablaufen lassen. Da ich... Da es das nur nicht geht. Da ich leider zu diesem Zeitpunkt oder während dieser Zeit, wenn die WM stattfindet, auf Klassenfahrt bin. Können wir das leider nicht so umsetzen. Sodass wir das ein bisschen vorverlegen. Ähm... Ich habe mich mit meinem Kollegen mal abgesprochen in Habbo. Und wir haben uns jetzt erstmal auch den Merz vorläufig geeignet. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal festhalten. Und jetzt die Chance. Boah! 1-0! Da Viola knallt ihn rein. Und es ist wirklich dieser Lucky Punch noch kurz vor Schluss. Jetzt habe ich erst wirklich gedacht, das wäre abseits. Und er haut ihn rein, ja. Endlich! Boah, das tut jetzt gut. Und das so kurz vor Schluss. 88. Minute. Und er verhindert damit die Verlängerung. Wenn jetzt Kroatien nicht noch nachsetzt. Das hoffen wir nicht. Aber die haben nochmal die Chance hier. Und ganz starke Parade. Ganz starke Parade vom Torwart. Der uns hier den Sieg festhält. Und jetzt gibt es nochmal die Ecke. Die Kroaten werden nochmal alles nach vorne nehmen. Kroaten werfen nochmal alles nach vorne hier. Und das ist das Einsatz. Es ist das 1 zu 1 durch Olic. Was eine Schlussphase. Die werfen alles nach vorne und schaffen tatsächlich noch den Ausgleich. Das gibt es nur. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und jetzt muss gleich los sein. Ja. Und wir sehen einen dritten Teil hier. Oh, oh, oh. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Jetzt wird es kritisch. Wie sieht es aus. Ich mache da jetzt erstmal ein Fake rein. Und wir sehen uns jetzt gleich erstmal wieder. Mal. Mal.